Die Schäme aufpassen. Ja. Schlafen drauf. Boah. Schlafen drauf. Geht's für den Hirn? Ja, jetzt geht's wieder. Ach, noch so was du machen? Ja, ja. Ich muss jetzt mal kurz auflassen. Vorsicht, Glas. Vorsicht, Büro. Kann ich wieder schnell aufstellen? Ja, jetzt geht's wieder. Du musst jetzt hin, gleich daneben, oder? Ja, sicher, gleich daneben. Ja, oder? Nein, du musst gleich daneben, oder? Das passt besser. Ja, warte, da stehen wir noch. Nein, jetzt stehen wir noch. Oder, neben ist es nicht, aber der von vorne. Ja, ich kann ja auch einmal, oder? Ja, ich glaub, ich muss entscheiden. Warte, du musst ein bisschen Druck. Sollen wir nicht aufstellen jetzt? Jetzt müssen wir vorne untereinander, weißt? Da haben wir viel weniger raus. Was? Nein, ich mach es so gut, sag ich mal ja. Aber wir warten noch nicht zurück. Ja. Jetzt weiß ich, du kommst durch die Brülle, aber du musst aber schon erst. Lach dich. Jetzt sind wir auf. Schau, dass er jetzt noch steht daneben. Weiter. Das Essen schmeckt. Der Klassische Brülle hier. Ja. Die Zeit ist schlecht. Jetzt tun wir es einmal auf. Schauen wir nicht einmal auf. Ich hab ja bemerkt, dass einige von denen nicht so fett sind. Deswegen. Alle raus, ey. Ja, ich hab ja auch schon. Ich hab ja auch schon. Ich hab ja auch schon. Nein, ich mach. Hu! 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 Ich hab ja auch schon da rein geholt. Und mit dem Wügelsehntnis ist es besser so. Ja, so geht es jetzt wie bei dem Gehör. Ich hab ja nicht einfach. Fing ja weg hier, du. Fing ja weg! Das geht doch hier rein. Ja, schiebe es dran. Jetzt ist ja oben da rein. Ja, schiebe es dran. Das ist ja oben da rein. Das ist ja oben da rein. Geht's? Geht's? Jetzt haben wir alle sicher nicht zu schmerzen. Ja, schule! Was? Renoviert wird? Scheiß abbeten! Robert damit!